und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klemmbausteinbaus heute mal wieder mit einem exkurs zu einem set aus china als china eigenimport und zwar habe ich dieses set für 7 euro auf aliexpress bestellt und stand dort der hersteller zu anma da ich habe diesen hersteller noch nie in den händen gehabt und damit auch wirklich noch keine berührungspunkte gehabt aber ihr wisst ja ich stehe auf kleine autos in speed champions größe egal ob die neue oder alte speed champions größe und habe da auch schon so einige hersteller durchprobiert und eigentlich so gut wie alle die man auch in china finden kann diese hier habe ich aber erst relativ frisch gesehen und deshalb musste ich mir direkt auch mal bestellen als das ganze dann hier angekommen ist habe ich natürlich auch versucht ein paar informationen über suanma als hersteller herauszufinden im klemmbaustein bereich habe ich dort aber relativ wenig dazu gefunden zumindest im europäischen markt ich habe viele angebote davon auf dem indonesischen und auf dem russischen markt gesehen und momentan ist es auch so dass dieses jetzt nicht mehr auf aliexpress zu finden sind dort sind sie alle ausverkauft deshalb kann ich euch diesen hersteller auch leider zumindest auf aliexpress nicht verlinken und irgendeine indonesische plattform bringt euch leider nicht weiter weil ihr es dann nicht hierher bestellen könnt aber sonst konnte ich leider nicht allzu viel darüber herausfinden außer dass es neben dieser cars building blocks reihe auch noch eine reihe mit space themen gibt ich weiß aber dass es unter euch regelrechte experten für hersteller und eben auch konfektionierer gibt also wer hier mehr dazu weiß nutzen wir am besten das schwarm wissen es würde mich super freuen wenn ihr das einfach in die kommentare schreibt und damit mir und natürlich auch allen anderen die unter diesem video die kommentare lesen weiterhilft dieses set hier hat die setnummer 94 besteht aus 209 teilen und soll natürlich einen amg darstellen hat aber auch wiederum natürlich keine lizenz ein amg als six wide speed champion in dieser farbgebung ist natürlich ein heißes thema gerade wenn wir in richtung lego fake schauen ich kann euch aber sagen ich habe selber das lego set dazu gebaut und sehe hier schon auf den ersten blick vom bild dass das keine 1 zu 1 kopie ist ob es dann auch vom bau an die lego version erinnert darauf gehen wir natürlich noch ein rein äußerlich ist es nicht so von der ganzen gestaltung und farbgebung erinnert mich die box sehr an die akko sets auch mit dieser fahnen struktur hier und auf der rückseite sehen wir das fahrzeug noch einmal mit ein paar detail fotos diese details schauen wir uns auch natürlich dann auch am fertigen set an und sehr viel mehr sieht man auf der verpackung sowieso nicht dementsprechend würde ich sagen ich mache das ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an direkt am anfang ist man ein wenig enttäuscht denn hat diese winzige tüte in dieser riesen packung hier also das ist nicht mal zur hälfte gefüllt und damit ist das leider wieder zumindest aus meiner sicht eine täuschung des kunden wenn das ganze irgendwo in einem laden stehen würde und natürlich auch wenn wir es hier nach europa importieren absolut verschwendeter platz in einem container und damit gewissermaßen auch eine unnötig große umweltbelastung was ich sehr sehr schade finde als nächstes stoßen wir dann natürlich auf die anleitung und auf den darin befindlichen sticker bogen sticker sind natürlich bei so einem kleinen fahrzeug und in der preiskategorie völlig in ordnung und ich werde sie auch aufkleben neben der anleitung haben wir dann noch lose in der tüte einen teile trenner dieser teile trenner erinnert mich sehr an einen den ich schon einmal in der hand hatte ich weiß aber nicht genau welchen ich glaube das war der sembo teile trenner der dort so ähnlich war ich kann mich aber auch täuschen aber farblich und von der formgebung gefällt mir sehr gut dann haben wir die anleitung hier komischerweise ohne marken logo und die anleitung ist klammer gebunden super super dünn und sehr sehr leicht das papier ist mir persönlich auch etwas zu dünn da hat man beim umblättern so ein wenig das gefühl als ob man hier etwas auseinander reißt das könnte etwas fester sein aber die darstellungen finde ich völlig in ordnung es ist natürlich kleiner dargestellt und wir haben pro seite direkt vier abbildungen das stört mich persönlich aber nicht denn meiner Meinung nach sind ja sehr viele anleitungen und gerade die von lego viel zu einfach und ich habe man dann zumindest mal 1 2 mehr teile pro bauschritt und eben auch mehrere bauschritte abgebildet dann ist es natürlich wichtig dass die druck und darstellungs qualität passt dass man es noch gut erkennen kann und das passt hier auf den ersten blick auch sehr gut es wird komplett ausgegraut was schon gebaut wurde hier in seinem dunklen grauton was auch etwas seltener ist es ist ja meistens so ein hellgrau und es wird alles was wir gerade bauen in vollfarbe dargestellt und bestimmte teile werden noch mal mit seiner farb codierung gezeigt wo man sie aufsetzen muss also das gefällt mir auf den ersten blick ziemlich gut und ich denke danach lässt es sich gut bauen insgesamt haben wir dann 26 bauschritte auf zehn seiten verteilt wobei mir bei zwei bauschritten sowieso nur noch sticker kleben eine teile liste haben wir dann leider nicht mit dabei und dann haben wir natürlich noch die steine tüten wenn sie so hier da liegen sieht man natürlich wie wenig steine das eigentlich sind es ist eben ein six white speed champions ähnliches fahrzeug und umso mehr fällt auf wie unnötig groß die verpackung leider ist davon abgesehen bin ich sehr gespannt auf die steine qualität und darüber reden wir natürlich dann wenn wir auch wirklich etwas gebaut haben deshalb fange ich jetzt auch an zu bauen und wir werden uns dann gleich mit dem fertigen fahrzeug wiedersehen außer es gibt zwischendrin etwas super spannendes zu berichten und damit ist der amg gt3 von zu anma auch schon fertig ich zeige ihn euch erst mal ohne sticker denn einerseits kann man da natürlich besser die steine qualität der schwarzen steine aussehensmäßig sehen und andererseits ich nehme schon mal vorweg wenn man jetzt vielleicht noch die gelben teile hier austauscht und die durch schwarze ersetzt finde ich geht der richtig richtig gut als hobby tuning pro amg durch und wenn man sich den komplett schwarz vorstellt dann würde man die sticker ja auch nicht aufkleben oder wenn nur bestimmte sticker aber apropos steine qualität von der verbaubarkeit muss ich sagen sind die steine richtig richtig gut auch unerwartet gut also die steine sind vom baugefühl und der klemmkraft mindestens auf lego niveau das ist eine bessere qualität als ich sie erwartet hätte aussehensmäßig sieht man den stein mal wieder leider an dass sie doch eine lange china reise hinter sich haben beziehungsweise auch schon sicherlich ein paar kratzer in der herstellung abbekommen haben die fliesen wirken eben doch etwas matt das fällt natürlich bei schwarz sehr auf und sie haben relativ starke kratzer dasselbe gilt auch für die scheibe die wirklich einige kratzer abbekommen hat trotzdem ist die steine qualität aussehensmäßig mindestens passabel besonders weil hier relativ kleine angusspunkte auffallen also angusspunkte kriegen sie echt besser hin als viele andere hersteller und das problem mit der mattheit haben natürlich auch viele andere hersteller daran müsste noch gearbeitet werden aber das wiegt für mich das baugefühl auf jeden fall wieder auf auch der druck auf der scheibe ist finde ich gut gelungen er ist wirklich deckend er wirkt gut schwarz der übergang ist zwar nicht hundertprozentig perfekt zu den steinen aber an bedruckten scheiben habe ich da schon wirklich viel katastrophaleres gesehen das hier ist eine der besseren bedruckten scheiben man kann die cockpit scheibe natürlich auch abnehmen und in den innenraum gucken hier sieht man aber nur ein lenkrad und nichts sonderlich spannendes aber wir wissen ja wir können auch ohne die scheibe abzunehmen rein gucken indem wir zum beispiel die türen offen lassen was mir hieran gut gefällt ist dass die türen einen relativ realistischen anschlag haben und dass sie wenn sie geschlossen sind hier wirklich gut abschließen manko ist natürlich wieder wir haben hier das gelenk was offensichtlich zu sehen ist und das stört mich aussehensmäßig leider mehr als ich den nutzen darin sehe die türen aufzumachen denn so spannend gestaltet ist das cockpit dann eben auch nicht während dass man aber über den punkt noch streiten kann ob man jetzt in dem set lieber türen haben soll die man öffnen kann oder ob man diese vielleicht weglassen sollte und dann wirklich die seiten komplett baut ist hier ein punkt dabei über den sich meiner meinung nach nicht mehr streiten lässt und das sind die absolut katastrophalen reifen also erstmal wirken die auf dem auto ja generell schon mal wie schubkarrenräder und das liegt daran dass wir keine reifen mit pin aufnahme haben wie wir es ja eigentlich von speed champions kennen sondern mit seiner plate modified aufnahme und der reifen ist leider wirklich lächerlich denn das ist einfach so ein voll plastik reifen hier ist kein gummi drum und das sind wirklich die schlechtesten reifen die ich bisher auf einem speed champions artigen fahrzeug gesehen habe für noch kleinere sets mag so etwas funktionieren aber ich finde auf so ein set gehört so ein reifen nicht also das ist so ein punkt den ich auf jeden fall umbauen würde an eurer stelle falls ihr euch dieses fahrzeug holen würdet jetzt klebe ich aber auf jeden fall noch die sticker auf damit wir uns das fahrzeug dann in seiner vollen pracht anschauen können und damit haben wir doch auch schon die aufkleber aufgebracht hier gibt es leider zwei stellen die mich massiv stören und ich würde euch empfehlen zumindest einen sticker davon wegzulassen bei dem anderen kann man es leider nicht weglassen und zwar ist dass die front und hier haben wir ja eigentlich die trends clear teile die die scheinwerfer darstellen sollen aber die haben wir irgendwie gar nicht mehr weil wir haben da die sticker drauf geklebt die scheinbar scheinwerfer darstellen soll also ich finde das passt gar nicht und die sticker würde ich auch sofort wieder entfernen aber ich wollte euch natürlich zeigen wie sie dort drauf aussehen die sind aber echt komplett fehl am platz und falls ihr jetzt denkt da hat der valley wieder getrieft und was falsch aufgeklebt nein das soll genauso aufgeklebt werden und ja hier wurde natürlich auch wieder ein lichteffekt eingebaut obwohl nichts leuchtet und natürlich lenkt das fahrzeug auch naja es ist halt werbung da ist lego ja auch nicht besser in der darstellung und der zweite punkt der mich stört ist dass hier viele sticker über zwei teile geklebt werden hier zum beispiel bei der tür ein sticker über zwei teile und auch beim spoiler ein sticker über zwei teile obwohl man beim spoiler zur verteidigung sagen muss dass dort bei den meisten fahrzeugen ein sticker über zwei teile geklebt wird davon abgesehen finde ich den aussehensmäßig wirklich gelungen wenn man die reifen ausblendet mein persönliches highlight auch wenn man hier vielleicht nicht direkt den amg erkennen würde ist auf jeden fall von den bautechniken das heck also zum beispiel dass hier die rückleuchten zum beispiel so angeschrägt sind sieht sehr gut aus und mit dem diffusor und dem etwas übertriebenen spoiler sieht es eben auch richtig brachial aus für einen rennwagen das gefällt mir ziemlich gut festhalten muss man aber trotz alledem sechs noppen sind für so einen rennwagen dann auch einfach etwas zu wenig um ihn adäquat darzustellen ich finde das hat hier um einiges besser funktioniert als bei dem lego r8 dort wurde mir ja zum beispiel vom lieben norbert und wenn einer bescheid weiß ob etwas so aussieht wie ein audi dann er da könnt ihr euch auch gerne noch mal seinen kommentar unter dem video zu dem audi durchlesen vollkommen recht gehabt wenn man den audi an seiner lizenz und seinem vorbild misst dann muss man das echt kritisch sehen aber ich bleibe auch wie beim audi da bei meiner meinung vielmehr war bei sechs noppen einfach nicht drin und ähnlich würde ich es jetzt auch bei diesem fahrzeug sehen wir haben hier natürlich keine lizenz also das ist so gesehen ein für sich alleinstehender rennwagen trotzdem ist der natürlich dem amg gt3 nachempfunden und muss damit zwangsweise irgendwo verglichen werden da fände ich es auch wieder schöner wenn sie die parallelen einfach weglassen denn dann hat man diesen vergleich zu realen fahrzeugen eben gar nicht denn ich finde das fahrzeug sieht für einen generischen rennwagen richtig richtig gut aus und sie haben hier viele coole formen reingebracht wenn man es aber wirklich runter bricht und eins zu eins mit einem amg vergleicht was ja irgendwo das ziel von dem hersteller ist dann ist der aussehensmäßig natürlich trotzdem noch weit weg aber wie gesagt auch in diesem fall für sechs noppen haben sie da wirklich etwas gutes auf die beine gestellt bis auf die reifen das thema haben wir ja schon besprochen mit dabei haben wir dann noch diese figur wir haben auch noch einen grünen standardhelm mit komplett zerkratzten visier dabei ich bin ja sowieso kein fan von den standardhelmen und das visier muss man auf jeden fall austauschen und die figur gefällt mir nicht wirklich die prinz auf den beinen und auf der brust und auch auf dem rücken sehen zwar gut aus und passen natürlich zum fahrzeug aber erstes grundproblem die figur ist natürlich viel viel zu nah an einer lego figur und wenn das ganze hier im zoll vielleicht aufgehalten wird dann hat man ein problem das ganze wird dort nicht durchkommen mein zweites problem ist wir haben ja hier einen arm in gelb der natürlich zum rest der figur in gelb passen soll aber der armen gelb hat eine komplett andere farbe als das bedruckte gelb da hätte ich es doch noch schöner gefunden wenn der arm hier einfach schwarz gewesen wäre das hätte auf jeden fall stümmiger ausgesehen und problem nummer drei mit der figur wir haben in den beinen kaum klemmkraft die fällt super schnell ab die arme sind zu fest für die klemmkraft der beine also man kann die nicht bewegen ohne die figur ganz komisch festzuhalten und die beine sind wiederum viel zu locker aber selbst da knicken die beine noch weg obwohl die beine wirklich viel 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 zu locker sind das fast kein widerstand und auch zwischen oberkörper und beinen ist kaum eine klemmkraft vorhanden wiederum der kopf den habe ich nicht mal abbekommen also die figur gefällt mir nicht und dann ist auch noch die gefahr dass sie vielleicht im zoll hängen bleibt also hier auch wieder mein tipp wenn ihr dieses set auf aliexpress bestellen solltet falls es wieder verfügbar ist sagt dem verkäufer bitte bescheid dass er die figur rausnehmen soll diese figur ist das risiko leider nicht wert alles in allem ist es also ein okayes set es ist kein überflieger aber es hat seine momente denn besonders die steinequalität im baugefühl und der klemmkraft hat mich sehr überzeugt und grundsätzlich finde ich kann man dieses fahrzeug auch sehr sehr gut neben andere six wide speed champions ins regal stellen und hat da seine freude dran aber genauso haben wir auch viele upsie ausrutscher wie die reifen die gar nicht gehen die sticker hier vorne die echt merkwürdig sind die steinequalität im aussehen wo die steine dann leider ihre schwächen haben und eben eine sehr sehr schwache figur für sieben euro ist das aber trotzdem eine kaufempfehlung wenn ihr dieses set eben wieder auf aliexpress oder vielleicht einer anderen plattform sehen solltet und ich hatte wirklich spaß mal wieder mit einem neuen hersteller oder konfektionierer hier zu tun zu haben denn diese momente werden ja immer seltener weil wir ja doch schon auf diesem kanal und auch ich alleine für mich schon so viele hersteller durch habe dass das hier mal wieder sehr spannend war wenn ihr natürlich dieses set selber sitzt oder ein anderes set von suan ma oder vielleicht auch mehr wissen über diese marke besitzt dann schreibt mir das gerne in die kommentare damit helft ihr der gesamten community sehr weiter und wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben und ein abo daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein auch ihr euch auch wirklich